ja hallo herzlich willkommen bei danny 27 tv zu einer weiteren folge hier bei rocket lead was war das jetzt krass ist die erste runde seit paar tagen wieder ich muss mich erstmal hier wieder rein finden ja ich explodiere jetzt meine runde und da wurde auch ein tor geschossen weiß nicht ob es von uns oder von den gegnern ich habe keine ahnung gerade ich bin ja einfach mal so rein gerutscht okay das waren also die gegner liebe leute er hat jetzt gesehen ja mist hat er mir den ball abgeluchst du solltest auch fahren ja alter was alter was 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 geht hier ab das ist kein normales spiel leute das ist kein normales spiel stelle ich gerade fest alter ach ja bitteschön kollege ja bitte nee der hätte ja auch mal echt gut sein können und hätte uns das tor rein machen können aber ja und jawohl dankeschön ich war das ich war das sehr nice ich habe mein tor gemacht ihr seht es leute sehr geil sehr geil sehr geil wir hatten mal den ballkontakt zuerst bitte nicht ja super ja leute auf jeden fall das ist spannend 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 hier ihr könnt auch gerne meine kommentare schreiben ob ihr lust habt mitzuspielen wenn ihr das spiel habt würde ich mich natürlich sehr freuen ich habe immer diesen ballkontakt zuerst weißt du aber ähm wo ist er denn ach da ist die kugel halt die fresse ja danke dass ich äh alter was ist das hier eigentlich ja wir wissen es nicht was es jetzt war es scheint auf jeden fall äh boah guck mal alter auf jeden fall ist es ein interessantes spiel ich habe immer einen riesen husten bitte entschuldigt ich lad mich erstmal auf leute ach dein ernst blöder pinner ey blöder pinner ey ja das hat wohl nichts gebracht der wirbelst du am den ich hatte ah obwohl er das dran hatte hat er den doch reinkriegt scheiße ne ok werden wir aber wir werden das noch noch vielleicht noch ein ball in tor kriegen jo also ich würde erstmal alter ach ja das ist dann was fiestes wenn dann von irgendjemanden nitro kriegt und man hat es dann einfach wehrlos dran vorbei obwohl man gerade sein haken einsetzen wollte ja wir warten kurz äh 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 Leute ich warte als Torwart ja geh hier weg sehr schön sehr schön jawohl 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 da ist unser zweites Tor wer jetzt ehrlich hätte ich mir jetzt den ball geholt ja sehr schön über Ecke und ey ein phänomenaler Schuss das heißt Schuss war ja mehr mit der Faust so Leute und habe ich den ersten Ballkontakt wieder ich habe den ersten Kontakt wieder gehabt wie gehabt Leute wenn ich da in der Ecke stehe ist meistens irgendwie so verstehe ich nicht warum aber ähm ich hasse das wenn die eigenen ach ich dachte ich habe den Ball ah er hat mir einen abgelaufen oah so ein Arsch so ein Arsch liebe Leute so ein Arsch ja ihr habt es vielleicht schon erkannt oh jetzt hatte ich mal nicht den Kontakt oh also ihr habt es vielleicht schon erkannt ich fahre das Auto von Fast in the Furious hier spazieren jetzt hatte ich es wieder gut also die haben uns übelst mal einen Arm auf die Fresse gegeben da hat auch schon einer das Spiel verlassen da hat auch schon einer das Spiel verlassen da hat auch schon einer das Spiel verlassen boah ha 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 soe mach nicht so faxen alter und damit sind wir raus das schaffen wir nicht mehr ja fahrt ihr bitte vor dann fahrt ihr bitte vor woha ey this krass 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 auch aus. So Leute, das war's in dieser Runde. Ich gehe kaputt. Wir haben die gewonnen, 9 zu 2. Oh, wir haben einen Hexenhut bekommen. Na, das ist aber schön. Na, ich mache auf jeden Fall noch mal eine Runde mit. Sie hatten auf jeden Fall jetzt die besseren Argumente, aber wir hoffen, dass wir in der zweiten Runde da was bekommen. Wir haben eine Einladung bekommen. Hallo. Oder auch nicht, wir sind alleine. Du schießt einen Ball. Ja, also, keine Ahnung. Also, wir sind hier auf jeden Fall definitiv alleine. Keine Ahnung, warum er mir jetzt Fragezeichen schickt. Er versteht wohl kein Deutsch. Was ist kaputt? Ja, gute Frage. Nächste Frage, Kollege. Ich habe es nicht so mit dem Englischen. No Englisch. Ja, gut. Also, das werden wir hier wohl nichts mehr finden. So, jetzt bin ich bei denen. Ah ja, okay. Macht Sinn. Du bist dazu eingeladen worden mit. Okay. Ich habe aber nichts groß zu handeln. Ich habe noch nie irgendwas gehandelt, Leute. Gut. Also, ich habe nichts zum Handeln. Wie gesagt, das ist das erste Mal, dass mich einer einlädt zum Handeln. So, ich suche auf jeden Fall ein nächstes Spiegel. Aber ein mega geiler... Geiler... Wie kann ich denn jetzt aus dem Scheiß Team da rausgehen? Gib mir auf den Keks. Ich will doch nichts handeln, du Idiot. Ich habe doch nichts. Ja, Sinn. Wie gesagt, mehr habe ich nicht. Was ich hier anbieten kann. Na gut, die kann ich noch anbieten. Das war es aber auch. So, entweder du willst davon was haben oder du lässt es. Weil sonst verlasse ich dich jetzt hier gleich. Ja, also Leute, ich stoppe das jetzt hier mal. Das Ganze irgendwie. Das funktioniert jetzt nicht. Ich muss erst mal das Spiel neu starten, weil ich komme hier irgendwie... Komme ich hier nicht raus? Oder ist das hier? Hast du die Frage wirklich verlassen? Ja! Raus da! So, wir suchen ein neues Spiel. Ich hoffe, dass das jetzt ein bisschen schneller geht. Die Zeit ist begrenzt. Weil der hat mich mit seinem komischen da gerade echt aufgehalten. Ah, da, 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 da kommt was. Wir sind gespannt, was wir jetzt spielen werden. Oh, was geht hier ab, Alter? Ja, ne? Ich war da und bin gleich kaputt. Ah, cool. Ja, wir müssen... Mal gerade wieder nicht, was Sache ist. Ah, doch, jetzt weiß ich es. Ich bin explodiert. Ich wusste es. Sehr nice, sehr nice. Hat er den auch reingehauen? Oh, Leute, komm. Hau ihn rein, hau ihn rein. Jawoll. Ja, also wir sind auf jeden Fall noch mal in einem kurzen Spiel reingespawnt worden. Das hier, ich hoffe, vielleicht noch reißen können jetzt in der Zeit, wo ich hier bin. Und ich hatte mal keinen ersten Ballkanton. Oh, Mann. Man kann nicht, wenn ich siehst. Ah, genau so. Wie war ich jetzt? Das nervte mich. Das hat mich jetzt echt genervt. macht aber gar nichts kollege sehen wie ich damit zurechtkomme ernsthaft ihr habt es nicht auf die reihe gekriegt mit dem wirbelstuhl was ich gemacht habe okay ich hab ihn weg gerannt gut wir haben zwar verloren aber es ist egal es war lustig okay ich brauche auf jeden fall ich sage dann